Jetzt sind wir da oben voll, ähm, da ist Großstau, wie ihr seht, wie die ganze Wind, da ist Großstau, und da der Weg kommt auch richtig an, und dann geht's auch jetzt auch zwischen zum Ort, so, wo wir die anderen, oder, wo wir draus schauen, wo die anderen gerade irgendwie auch, schön oben hin, mit der Sonne da, und dann, da ist es noch, wo die, wo sie hier sind, ja, Oh... und über und die gruppe man scha positions ich dort Da im Wald, wie man seid im Wald, wo es fröhnt. Da haben wir Tannenbäume, wir dann Tannenbäume natürlich. Und da haben wir Tannenbäume an. das ist auch die 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 der die die Ja, ich bin wieder auf dem Film. Etag gibt es mal wieder neue Videos. Auf dem Granal. Angeta-Philips-Ein-Granal. Ja. Schaut mal. Wie schöne Bäume das hier hat. Seht doch. Da tun wir nicht etwas Schönes. Von Gott geschaffen, möchte man sagen. Gott, vielleicht sind wir Urmenschen, vielleicht auch göttliche Wesen, die als Einzeller arbeiten wollen. So könnte man vielleicht noch sein. Ich weiss nicht, wie ich es jetzt mache. Aber ich schätze, bin ich Intelligenz. Ich habe einen Antismus-Spektrum-Spürungs-Festkraft. Ich war ein Patient. Und jetzt bin ich einzig. Sagen wir, das ist auf diesem Spektrum, wo es gepustet wird. Auf diesem Spektrum nämlich. DC-11. Ja, da, da, ja. Schau jetzt mal, wie schön das neue ist. Friedler oder. Also, nicht in der Natur. Ich bin ja autistisch. Ich habe mir lange nicht geglaubt, aber ich meine auch gleich. Jetzt glauben wir ja. Ich muss mir sogar geglauben, die Sonnete abzulegen. Ich bin ja lange geglaubt. Schöner Natur, he? Ja. Natur, ich bin glücklich. Seht so. Ich bin alt. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich darf noch nicht etwas vergessen. Insektenschutzstruktur und so. Dass die Secken nicht stechen. Ich habe nichts mehr vergessen. Ich bin glücklich, wenn einem das passiert. Aber kein Mensch mehr fängt. Das sieht schön aus. So. Was aussieht. So siehts so aus. So siehts so aus. Ich habe das Video doppelmal angst. Das ist ein schönes Naturvideo. Mal schauen, wie ich dieses Video nenne. Zusammen gibt es das. Ich kriege das hier rein. Aber das ist ein bisschen gut. Vielleicht können wir es mal... Ich glaube, es ist weit weg, aber ich glaube, es ist nicht überhaupt. Die Natur ist gut. Was ist das für? Das ist aber auch ein bisschen auf YouTube.